Die Sirius Netzüberwachungsrelais 3UG4 ermöglichen den maximalen Schutz für ortsveränderliche Maschinen und Anlagen sowie bei instabilen Netzen. Je nach Ausführung überwachen die Geräte unterschiedliche Kombinationen der wichtigsten elektrischen Größen. Das Netzüberwachungsrelais 3UG4513 überwacht sowohl Phasenausfall, Phasenfolge und Phasen Asymmetrie als auch Unterspannung. Mit den beiden Einstellreglern an der Frontseite des Gerätes lassen sich die Netz-Nenn-Spannung und die gewünschte Auslöseverzögerungszeit einstellen. Am dargestellten Aufbau werden beispielhaft ein Phasenausfall und eine falsche Phasenfolge gezeigt. Ein Phasenausfall bewirkt einen sofortigen Stopp des Motors und die rote LED leuchtet. Aufgrund der Trafo-Wirkung des Motors kann es in der ausgefallenen Phase zu einer Spannungsrückspeisung von bis zu 70% kommen. Dank des Messverfahrens unserer Netzüberwachungsrelais wird eine Rückspeisung bis 80% dennoch sicher erkannt. Bei einer falschen Phasenfolge läuft der Motor nicht an und die rote LED blinkt. Erst wenn alle drei Einzelspannungen über dem eingestellten Grenzwert liegen und die Phasenfolge stimmt, startet der Motor wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017